In diesem Video spreche ich über die neue Munition sowie die Bodyslots in Update 6. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory vor Update 6. Und es gab tatsächlich wieder ein neues Update 6 Informationsvideo von Snud. Tatsächlich kein Teaser, meine lieben Freunde. Und ich bin hier in der Nähe der Blade Runner Pyramide. Nochmal kurz zur Info, dazu wird es nochmal morgen, am morgigen Sonntag, ein separates Video geben, wie ich da vorgegangen bin, wie ich da weitergemacht habe und wie da der Plan ist. Ihr seht ja schon von Weitem, da hat sich ein bisschen was getan. Das Ding ist größer geworden. That's what she said. Und es hat sich vorne da bei den Aufstellern ein bisschen was verändert. Aber dazu kommen wir dann morgen, wie gesagt. Heute geht es um die Änderungen, die in Update 6 kommen werden, die jetzt angekündigt wurden. Einige davon finde ich ganz cool, andere finde ich, naja, so so lala. Und ja, wir reden jetzt einfach mal ein bisschen darüber. Snud hat ein neues Video gemacht und wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo die Magic Happens quasi, where the Magic Happens, und zwar zur Munitionsfabrik Pyramide, meine lieben Freunde. Denn es dreht sich bei den neuen Informationen vor allem um Munitione. Neue Ammo-Typen wird es geben für das Maschinengewehr, also für die, für das Gewehr, genau. Für diese, wie heißen die auf Deutsch, diese komische Kanone, die diese Bolz verschießt. Die Bolzenschusskanone halt. Und, ähm, ja, und für den Nobelisken tatsächlich. Neuer Sprengstoff wird es geben. Aber wenn ihr das hier feiert an der Stelle, meine lieben Freunde, dass wir uns die ganzen Infos zu Update 6 gemeinsam reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein. Die übrigens, wie immer, immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist. Oder am Ende. Ihr wisst das ja eigentlich alle schon. Warum sage ich das eigentlich immer? Für alle, die, die neu sind natürlich. Und ihr könnt natürlich auch gerne die Kommentare benutzen, um mir alles Mögliche mitzuteilen, was ich vielleicht vergessen habe, was vielleicht auch wichtig sein könnte, nicht wahr? Oder vielleicht gibt es ja schon wieder neue Infos und, äh, meine, meine Schose hier ist schon wieder nicht mehr aktuell. Ich nehme das heute auf am Abend des 20.15. Das Video ist heute Nachmittag rausgekommen. Kann sein, dass es da vielleicht dann schon wieder neue Infos gibt. Ihr seht das Video am Samstag, den 21.05. Genau. 20.22 natürlich, nicht wahr? Das sagen wir mal auch gleich noch dazu. Das hier ist meine Munitionsfabrik, Fabrikpyramide. Und es wird ja jetzt nicht nur die normalen Ammo-Typen geben, die wir schon kennen. Also hier in dem Fall ist das ja diese Munition. Sondern es wird jetzt für das Gewehr, wir bleiben jetzt erstmal kurz beim Bewehr, beim BWA, genau. Beim BWA bleiben wir jetzt. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Das ist auch ein ganz süchtiger Hinweis an der Stelle. Wie gesagt, kann sich alles nochmal ändern. Es wird Turbo-Ammo geben, die nochmal schneller ist als die Munition, die wir hier jetzt standardmäßig benutzen. Ich nehme jetzt einfach mal was raus, ja. Die Standard-Muni ist ja eigentlich immer relativ langsam gewesen. Ja, da so pip, 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 pip. Es wird jetzt auch bei der Standard-Muni 15 Schuss geben irgendwie statt 10. Also das heißt, das Magazin wird größer. Und er hat auch nochmal gesagt, sie wollen jetzt da keinen Shooter oder so draus machen. Deswegen hat er jetzt auch noch nicht gesagt, wie sich vielleicht die Gegner jetzt auch anders verhalten. Also es wird jetzt so sein, dass halt einfach neue Ammo-Typen drin sind, damit es mehr Variationen gibt. Und natürlich wird jede Ammo natürlich auch wieder produziert werden müssen. Das heißt, wir müssen hier, deswegen bin ich jetzt auch gerade mal hier, unsere Munitionsfabrik noch erweitern. Also wir brauchen dann in der Munitionspyramide, ja, neue Produktionslinien für die verschiedenen Ammo-Typen. Also wie gesagt, Turbo-Muni wird es geben und eine Art Verfolger-Muni, also eine Art Aim-Bot, würde ich jetzt fast sagen, Munition, die, wenn man sie abgeschossen hat, automatisch das Ziel sucht. Und ich weiß nicht, wie geil ich das finde, weil dann muss man ja eigentlich wirklich gar nicht mehr zielen. Dann würde man ja eigentlich nur noch diese Muni machen. Ich hoffe, diese Munition ist teuer. Man konnte jetzt die Rezepte nicht wirklich sehen im Video. Ich hoffe, diese Zielsuch-Munition ist entsprechend teuer, weil im Grunde brauchst du ja eigentlich keine andere mehr. Ja, und dann gibt es halt noch, wie gesagt, das Bolzenschussgerät, gibt es Explosiv-Munition. Das ist quasi so eine Art Nobelist, den man per Bolzen verschießt. Dann natürlich noch eine Art Shotgun-Munition, genau. Und eine Stun. Stun war noch Betäubung, genau. Also, dass die Viecher kurz geschockt werden und dann betäubt sind. Also, ich weiß nicht. Betäubung finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sinnlos. Also, ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, noch andere Gegnertypen geben wird. Das hat er ja nicht gesagt. Die vielleicht diese Munition dann auch erforderlich machen, dass man die auch mehr einsetzt. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich jetzt hier schon was vorbereiten sollte. Also, ich kann ja mal gucken, wie viel Platz haben wir denn jetzt hier eigentlich. Sprengstoff produzieren wir hier zum Beispiel auch noch gar nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Sie ist ein bisschen klein für erweiterte Produktionslinien, glaube ich, die Pyramide. Hier drüben wäre noch ein bisschen Platz vielleicht, wenn man dieses Förderband hier ein bisschen umverlegt noch. Da hätte man hier noch einen Streifen frei. Aber ansonsten ist eigentlich hier schon ganz schön eng. Muss man wirklich mal sagen. Oder man nimmt das Ganze hier alles ein bisschen weiter nach innen. Dann hätte man noch ein bisschen mehr Fläche in der Mitte. Dann sieht es aber nicht mehr so schön aus. Dann sieht es sehr gedrungen aus, sozusagen. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Da bin ich noch nicht so ganz mir übereingekommen. Beim Nobelisten wird es eigentlich richtig spannend. Es wird nämlich für den Nobelisten noch geile neue Munition geben. Und zwar natürlich wieder den Standard. Dann wird es den Puls-Nobelisten geben. Damit kann man quasi so eine Art Luftdruck erzeugen, der Gegner oder einen selbst nach oben katapultiert, ohne dass man Schaden kriegt. Und dann wird es geben einen Cluster-Nobelisten. Und der ist sehr cool geeignet, wenn man jetzt zum Beispiel viele Bäume hat, die man wegmachen will. Nehmen wir mal an, ich will hier vor der Pyramide den Dschungel zerstören. Ich will den Dschungel rohen. Dann kann ich den Cluster-Nobelisten benutzen. Und den will ich auf jeden Fall Massen produzieren, den Cluster-Nobelisten. Das wird aber nicht hier drin gehen, in der Pyramide. Da werden wir woanders hingehen müssen. Genau, ich werde jetzt mal was anschauen. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich ein Gebäude dafür benutze, was ich neu gebaut hatte, was wir aber noch gar nicht richtig eingeweiht haben. Und was ich euch, glaube ich, auch noch gar nicht richtig gezeigt habe. Also das steht schon eine ganze Weile in der Mainbase auf der Wiese oder bei der Wiese. Das habe ich benutzt, um einen Felsen zuzubauen, einen größeren. Und das wird aber gar nicht wirklich genutzt. Ich meine, man könnte auch das Avengers-Building dafür benutzen vielleicht, für so eine Fabrik, für so eine riesige Munitionsfabrik. Aber ja, mal schauen. Da haben wir ja noch die freie Auswahl. Aber ich würde jetzt mal gucken, ob ich vielleicht das eine benutze, an was ich gerade denke. Das eine, an was ich gerade denke, ja. Ihr wisst doch genau, woran ich wieder denke. Ich denke immer nur an das eine, an der Stelle. Genau. Ne. Und dann gibt es noch was richtig Geiles. Den Nuklear-Nobelisten. Also quasi den Nuke. Ein Nuke, meine lieben Freunde. Ein Nuke. Ein Atombomben-Nobelist. Quasi so eine Art Mini-Nuke, könnte man sagen. Der sah jetzt aber im Video, wo ich muss auch dazu sagen, ihr müsst euch unbedingt das Video angucken, wenn ihr das nicht gesehen habt. Das ist wirklich wieder sehr lustig. Der typische Snud-Coffice-Stain-Humor ist wieder deutlich am Start. Definitiv. Unbedingt reinschauen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auf jeden Fall da auch gerne einen Daumen nach oben auf dem Original-Video dalassen. Definitiv. Haben sie sich auch wieder verdient. Definitiv. Genau. Also das Ding ist im Grunde eine große Sprengladung, die einen sehr großen Radius hat. Die aber noch recht unspektakulär aussieht, weil im Video waren das nur temporäre Grafiken, die sie da benutzt haben. Also einfach nur eine größere Explosion reinskaliert. Das wird wahrscheinlich in der Final nochmal anders aussehen. Hat er auch so gesagt. So, jetzt können wir uns die Pyramide tatsächlich nochmal von oben angucken. Nice. Genau, ihr seht's, ich hab's ein bisschen weiter nach oben gezogen, denn mir ist nämlich aufgefallen im Film, ist die Öffnung oben auch etwas enger und auch weiter oben tatsächlich. Oh, jetzt hab ich ein bisschen abgebremst zu früh. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ich geh ins Weihnachtsdorf. Ich geh ins Weihnachtsdorf und dann in die Tube rein. Totale Verwirrung. Nein, geh in die Tube rein. Oh, was ist denn jetzt los hier? Genau, lass dich reinsaugen. Lass dich saugen. Genau, wir müssen jetzt mal schauen. Wir brauchen im Grunde für dieses Update eine Location, wo wir viel von dieser neuen Munition herstellen können. Also quasi ein komplettes Gebäude. Und da müssen wir mal schauen, wo wir das machen. Und, was jetzt auch anders sein wird in Update 6 oder Update 6 wird das so ein bisschen einläuten. Die Signalisatoren werden immer unwichtiger. Insbesondere auch für Rezepte. Also es gibt ja durchaus das ein oder andere Rezept, wo man Signalisatoren für braucht, wenn man jetzt was bauen will oder wenn man was herstellen will. Ich meine, für den Explorer hat man, genau, für den Explorer hat man Signalisatoren gebraucht. Hatte man die nicht auch für den Zug gebraucht? Ja, für den Zug hatte man sie zum Beispiel auch gebraucht. Aber auch für für Items, wenn man jetzt hier mal O drückt und dann hier bei Teile. Da gab es ein paar Rezepte, die die Signalisatoren erfordern. Am prominentesten wird wohl das Beispiel mit den Plutonium, ne Quatsch, mit den Uran, Uranstäben sein. Warte mal. Uran, genau. Uran Brennstab. Da gibt es nämlich dieses alternative Rezept mit den Signalisatoren. Das benutze ich übrigens auch schon in einer Fabrik. Und das wird aber erst mal vorerst beibehalten. Es wird nicht geändert. Es wird aber langfristig sich auch verändern. Also es ist momentan wohl so in Update 6, dass die Rezepte, die diese Signalisatoren noch verwenden, dass die wohl noch weiterlaufen beziehungsweise in so einfach erst mal die Signalisatoren nicht benötigen. Das heißt, das Band mit den Signalisatoren läuft dann einfach ins Leere quasi. Also die Anlage nimmt das einfach nicht mehr an. Das Rezept wird aber trotzdem noch weiter produziert. So wird das funktionieren. Und das einzige Rezept, was halt noch Signalisatoren aktiv braucht, ist dieses Brennstabsrezept. Aber langfristig gesehen wird sich dieses Rezept auch dahingehend verändern, dass das dann was anderes benötigt außer Signalisatoren. Wie gesagt, ist für mich jetzt erst mal noch nicht relevant also. Ich muss da noch nichts machen. Und jeder, der das auch mit den Signalisatoren produziert, die Brennstelle, muss auch noch nichts machen. Man muss es halt nur im Hinterkopf behalten, dass irgendwann in der Zukunft wahrscheinlich dieses Rezept nicht mehr so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Das heißt, ich kann mich schon mal darauf einstellen, dass irgendwann in der Zukunft meine Brennstabsproduktion, die hier drin ist, ne Quatsch, die im AKW drin ist, aber hier werden ja die Rohmaterialien dafür produziert, also auch die Signalisatoren hier in dem Kasten. Das wird irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie es jetzt aktuell funktioniert. Ist tragisch irgendwo, aber auch verschmerzbar. So, jetzt nochmal kurz die Info. Was für ein Gebäude meine ich eigentlich? Ich meine dieses Gebäude da drüben. Das da. Das ist nämlich ein Gebäude, das hat momentan noch gar keine Funktion. Das hatte ich mal aufgebaut, weil ich einfach mal so ein bisschen mich orientieren wollte an den Gebäudedesigns aus diesem Spiel Infraspace. Das hatte nämlich ziemlich coole Gebäudedesigns gehabt und das habe ich mal versucht so ein bisschen nachzubauen da an der Stelle. Dabei ist mir übrigens auch aufgefallen, dass eine Art von Wand tatsächlich noch fehlt in Sartes. und ich schaue mal, ob ihr drauf kommt, welche es ist. Ich darf es jetzt natürlich nicht sagen. Ich gebe euch einen Tipp links unten in der Ecke. Könnt ihr das gerade sehen, ja, wo da das Gift aufsteigt. Ja, dann kann ich es auch gleich verraten. Diese invertierten Dreieckswände, die fehlen leider, die gibt es nicht und deswegen ist das hier nämlich noch so offen. Es sei denn, ich habe sie irgendwie noch nicht aus irgendwelchen Gründen schreigefaltet oder sie wurden noch nachgereicht. Kann ich nochmal gucken. Also damals, wo ich das Ding gebaut habe, gab es das noch nicht. Ja, hier genau, es gibt die geneigte Eckwand, aber es gibt keine invertierte geneigte Eckwand. Ja, also es gibt quasi die auf umgedrehte Variante davon, die gibt es nicht. Deswegen ist da unten noch so ein Loch. Aber der Punkt ist einfach, ich habe hier mit dem Gebäude, habe ich diesen Felsen zugebaut hier und da ist jetzt dadurch natürlich nicht allzu viel Platz, aber ein bisschen Platz ist dann hier vorne doch schon und ihr seht, hier fehlt auch noch ein bisschen was von der Fassade hier hinten. Ein bisschen Platz ist dann hier doch. Also hier könnte man das locker machen, dass man hier übereinander gestapelt vielleicht auch, weil, also ich vermute auch, diese Rezepte ist jetzt mein Spekulatius. Er hat sie leider nicht aufgemacht einzeln. Er hat in der Enzyklopädie nachgeschlagen, im Video, der SNAT, aber er hat leider nicht jedes Rezept angeguckt. Ich vermute mal, die bauen aufeinander auf. Ich vermute mal, du wirst wahrscheinlich für diesen Cluster-Nobelisten, wirst du wahrscheinlich den Standard-Nobelisten brauchen, um den herzustellen und so. Das heißt, ich vermute schon, dass man die sowieso alle auf einen Haufen produzieren werden muss, diese Sachen, diese verschiedenen Munitionen, weil die alle aufeinander so ein bisschen aufbauen und sich alle so ein bisschen bedingen untereinander. Und vielleicht wird man ja auch für den Nuke auch nukleares Material benötigen. Ja, das kann ja sein. Vielleicht braucht man ja da ein bisschen Plutonium. Passenderweise haben wir ja unsere Plutonium-Verarbeitung unter der Erde schon gemacht. Und hier an der Stelle ist ja auch unser AKW. Das heißt, das würde sogar noch passen. Falls man für den Nuke-Nobelist nukleares Material braucht, müsste man das nicht mal sehr weit transportieren. Muss man halt nur immer ein bisschen aufpassen, weil das strahlt ja dann und dann ist wieder die ganze Umgebung nicht mehr begehbar. Aber rein vom Platz her würde ich sagen, müsste das hier passen, hier vorne. Da könnte man ja auch eine schöne Glasfassade an die Seite noch einziehen. Würde ich vielleicht hier reinbauen tatsächlich. Und den Felsen, den kann man ja dann bis dahin sogar noch zubauen. Dann würde man den selbst innen nicht mehr sehen. Oder man macht da innen auch eine Glasfassade und hat dann den Felsen so als Skulptur so innen drin quasi. Das wäre doch auch mal eine Idee. Genau. Aber das wäre jetzt so mein Plan, dass ich das hier reinbaue, weil ursprünglich unsere Sprengstoffproduktion ist ja eigentlich da ganz hinten. Warte, da müssen wir mal hier durch die Tube, da müssen wir mal hin. Da ganz hinten, wo die große Raffinerie ist, hinter dem, hinter dem Gebäude, hinter der Gigafactory, ganz am Rand der Karte. Und da ist einfach nicht genug Platz. Also da ist aus meiner Sicht safe nicht genug Platz in dem Gebäude, beziehungsweise ist ja auch gar nicht mal ein richtiges Gebäude. Ich meine, klar, man könnte da noch Etagen oben drauf bauen. Könnte man machen. Kann man aber auch nicht. Man kann auch einfach das fertige Gebäude benutzen. Also das ist so eine Sache, eine richtige Munitions- und Sprengstofffabrik will ich einfach mal bauen. Zentralisiert, wo wirklich alles an Munition produziert wird, was wir brauchen. Wo wirklich alles rein und raus geht. Genau, ihr habt das auch noch mal gesehen. Hier ist hinten noch offen, wie gesagt. Kann ich ja mal schon ein bisschen vorbereiten eigentlich. Wobei ich auch aktuell gerade sehr beschäftigt bin, an der Blade Runner Pyramide zu arbeiten. Das frisst auch sehr viel Zeit tatsächlich. Aber werdet ihr ja morgen in dem Video dann sehen. Könnt ihr euch auch, wie gesagt, gerne angucken, wenn das dann morgen am Sonntag dann kommt. Wie ich da so ein bisschen rangegangen bin. Und wie ich da noch weiter rangehe, vorgehe, weggehe, hingehe. Wie ich es übergehe. Wie ich alles umgehe, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Genau. So, da, genau. Die Fabrik da hinten, hinter der Energy-Dose, da wo der Mast drauf steht. Das ist unsere alte Sprengstofffabrik. Und da, wie gesagt, ich glaube, da läuft noch nicht mal wirklich mehr was. Also zumindest die Muni-Produktion läuft da glaube ich gar nicht mehr. Da läuft wirklich nur noch die Nobelisten-Produktion. Ich brauche auch tatsächlich ich gerade nur... Ah, nee, brauche ich nicht, sehe ich gerade. Ich habe ja noch welche. Auf jeden Fall, ja, das Ding ist halt einfach ein bisschen zu klein. Ich meine, wie gesagt, man könnte es erweitern noch, aber, naja. Ich meine, ich habe jetzt schon so viele ungenutzte Gebäude rumstehen, wie zum Beispiel das da hinten. Dann kann ich die auch endlich mal für was benutzen. Oder wie gesagt, auch der Avengers-Tower, den könnte man eigentlich dafür auch benutzen. Aber der ist halt ein bisschen weit ab vom Schuss. Also da müsste man erstmal alles hinliefern über Drohnen oder so. Was man für Sprengstoff braucht, um erstmal die Grundproduktion zu machen. Das andere Ding da ist näher dran. Da kann man zur Not auch mal ein Band drüber legen oder so. Insofern, ja, muss man jetzt schauen, wie wir es machen. Wir werden es sehen. Ich kann das aber schon mal vorbereiten, wie gesagt. Also ich werde mich wahrscheinlich dafür entscheiden. Wir können ja mal schauen, ähm, was, wie produzieren wir denn da in der Anlage jetzt aktuell den Sprengstoff? Gab es überhaupt für Sprengstoff alternative Rezepte? Das sind so alles diese Fragen. Fragen über Fragen. Ich nehme ja mal den Schweber jetzt. Ich glaube, der ist hier ein bisschen, oh, kein Strom hier oben. Muss ich kurz mal runterspringen? Runterspringen? Ist das eine gute Idee, runterzuspringen? Ich weiß es nicht. Ich mach's mal. Famous last words. Nein, alles gut. Alles okay. Alles okay. Wow. Strom, ja, sehr gut. Genau. Hier ist ja eigentlich alles, was wir brauchen für Zeug. Ich meine, das können wir, wie gesagt, mit einer Drohne dann auch ausfliegen. Geht ja alles. Jetzt müssen wir mal runterlaufen und hier uns hochkatapultieren lassen. War es nicht irgendwie Kohle und, äh, Schwefel? Warte, ist es hier Kohle? Ja, Kohle, Schwefel und, ähm, was war es noch? Schwarzpulver, genau. Irgendwer beschießt mich doch hier. Hat mich da gerade einer angeschossen? Ich glaube, mich hat gerade einer angeschossen. Hessliche Hesslons sind hier wieder unterwegs. Boah, da bin ich auch mal gespannt, wie sich die Hesslons verändern werden. Genau, verdichtete Kohle und gibt dann Schwarzpulver, genau, und geht dann mit da hinten rein. Genau, so war das. Das wird wahrscheinlich nur der Anfang sein von dem, was dann die anderen Sachen noch verbraucht. Wie gesagt, die Rezepte sind noch nicht bekannt, aber hier haben wir ja im Grunde erstmal schon die wichtigsten Sachen. Schwarzpulver, ich meine, wir können das ja hier auch eigentlich rein zur Schwarzpulverfabrik machen und den ganzen anderen Schnodder, den verlegen wir einfach und lassen mal das Schwarzpulver einfach mit Drohnen ausfliegen. Das wäre doch mal eine Idee. Dann lassen wir das einfach darüber fliegen da hinten. Hier sind ja sogar schon Drohnen. Stimmt, das hatten wir ja leulich erst gemacht, dass wir hier die Muni abfragen, dass die in und her transportiert wird, ich erinnere mich. War doch Muni, oder? Ne, Quatsch, Nobelisten waren das, genau. Nobelisten waren das. Der Wahnsinn. Na gut, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Plan, was wir machen werden und das ist schon mal gut und ihr habt jetzt auch schon mal einen kleinen Überblick. Also ich bin mal sehr auf die Cluster-Munition gespannt, das ist eigentlich so das, was ich auf jeden Fall machen werde. Ich weiß nicht, Puls-Munition erscheint mir persönlich meiner Meinung nach ein bisschen sinnlos, weil, ich weiß nicht, bevor ich mich mit so einem Luft-Explosions-Polster nach oben katapultiere über die Map, da kann ich auch gleich das Jetpack benutzen. Das stimmt, das habe ich noch vergessen, das ist nämlich auch eine neue Änderung. Die Body-Slots werden geändert, wie gesagt, es wird jetzt auch einen Kopf-Slot geben und einen Körper-Slot und dann natürlich auch noch Legs, genau. Es gab Beine, Rücken, Körper, Kopf und Hände. Ja, die Hände gibt es immer noch, die Hände gab es vorher schon, gibt es immer noch und ja, also Kopf für die Gasmaske zum Beispiel, Body für, ja, zum Beispiel den Anzug, hier den Schutzanzug, Back fürs Jetpack und Legs für die Stelzen. Das ist eigentlich ganz gut, da kann man sich jetzt wirklich mit seinem Charakter voll equippen eigentlich, ne, also ich hatte ja zum Beispiel die Stelzen immer nie wirklich benutzt, weil ich immer lieber das Jetpack benutze oder den Schweber halt, ne, und jetzt kann man halt beides gleichzeitig benutzen. Jetzt kann ich tatsächlich auch mal allen diesen Wunsch erfüllen dann, wenn Update 6 raus ist, die immer sagen, mach dir doch die Stelzen, dann läufst du schneller. Kann ich dann machen, werde ich auch machen. Indianer Ehrenwort, dass ich das machen werde, ja, ohne gekreuzte Finger hinterm Rücken, ganz wichtig an der Stelle. Ja, und dann gibt's eigentlich schon gar nicht mehr wirklich viel zu sagen an der Stelle, das war's eigentlich auch schon. Es gab wieder mal keinen neuen Teaser, ich bin mal gespannt, ob es noch Teaser geben wird oder ob jetzt nur noch diese Infovideos kommen. Also, ich hab eigentlich die Teaser immer gefeiert und den Spekulatius, den man da machen konnte, aber vielleicht war's, Coffee Stand ja auch ne Idee zu viel Spekulatius, was da immer kam an, zu den Teasern, ja, aber das ist halt eigentlich auch das Geile da dran, so, dass du halt einfach spekulieren kannst, was denn da nun eigentlich genau kommt. Naja, ich bin mal gespannt, vielleicht kommt ja nächste Woche ein Teaser, wir werden sehen, wir lassen uns überraschen und lange ist ja auch eigentlich nicht mehr hin, es sollte ja Anfang, Mitte Juni rauskommen, das ist nicht mehr viel Zeit, bis es soweit ist, meine lieben Freunde, ich bin sehr gespannt, seid ihr auch schon so gespannt? Wenn's euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielware mit AE kaufen, das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird's nicht teurer, ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt, ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen, das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet, ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben, vielen lieben Dank und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, sucht dies Factory, bis dann, ciao, ciao!